Herzlich Willkommen bei Gartenzeile. Düngen mit Kaffee ist voll im Trend. Und das auch völlig zu Recht. Aber nicht alle Pflanzen mögen Kaffee. In diesem Video zeigen wir dir 7 Pflanzen, die du auf keinen Fall mit Kaffee düngen solltest. Viel Spaß! Kaffeesatz ist bei vielen Hobbygärtnern ein beliebter Dünger. Zuletzt haben wir dir gezeigt, welche Pflanzen du damit düngen kannst. Das entsprechende Video dazu verlinken wir dir in der Infobox und in der Videobeschreibung. Jedoch solltest du nicht alle Pflanzen mit Kaffeesatz düngen, da dieser den pH-Wert im Boden senkt. Wir zeigen dir deshalb heute, welche Pflanzen du auf keinen Fall mit Kaffee düngen darfst. 1. Buchsbaum. Der Buchsbaum benötigt einen kalkhaltigen Boden. Da der Kaffee den Kalk neutralisiert, ist er nicht für die Düngung geeignet. Willst du dennoch kostenlosen Dünger verwenden, dann hebe zerkleinerte Eierschalen unter die Erde. 2. Lavendel. Generell benötigt der Lavendel keinen Dünger. Er zählt zu den Schwachzehrern und gibt sich daher mit einem nährstoffarmen Boden zufrieden. Wenn du den Dünger einsetzen möchtest, dann nur sehr sparsam. Am besten eignet sich etwas Kompost, den du im Herbst in kleinen Mengen einsetzt. Kaffeesatz solltest du beim Lavendel gar nicht verwenden. 3. Glockenblumen. Der Boden, den die Glockenblumen bevorzugt, sollte neutral bis kalkhaltig sein. Deshalb kann hier eine Düngung mit Kaffeesatz kontraproduktiv sein. Den Kaffee kannst du jedoch einsetzen, um das Gießwasser zu neutralisieren. 4. Krokusse. Die Frühblüher sollten gedüngt werden, wenn sich die ersten Spitzen zeigen. Da die Krokusse keinen sauren Boden vertragen, sollten sie lieber mit Kompost als mit Kaffeesatz gedüngt werden. 5. Tulpen. Bei Tulpen verhält es sich ähnlich. Auch sie kommen nicht klar, wenn der Boden zu sauer ist. Statt mit Kaffee kannst du die Tulpen mit Holzasche düngen. Das lohnt sich vor allem, wenn du einen Kamin besitzt. 6. Narzissen. Hast du Narzissen im Beet stehen, ist eine Düngung meist nicht nötig. Doch im Topf sind die Narzissen ohne Düngung auf Dauer unterversorgt. Der Dünger sollte nicht zu viel Stickstoff enthalten, was den Kaffeesatz ausschließt. Besser ist hier Kompost zu verwenden. 7. Nelken. Im Nahstoffarmen und kargen Böden fühlen sich Nelken am wohlsten, weshalb eine Düngung generell oder nur sehr selten nötig ist. Zumindest wenn die Nelken im Garten wachsen. Topfblumen hingegen benötigen regelmäßig einen Flüssigdünger. Kaffee sollte dann nicht eingesetzt werden, weil der Boden sonst übersäuern könnte. Wir hoffen, euch hat dieses kleine Video gefallen. Wenn ja, dann lasst uns doch gerne ein Abo da, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Falls du ihr ein Freund des schriftlichen Wortes bist und dich für das Thema Garten interessierst, schau gerne auch auf unserem Gartenmagazin unter www.gartenzeile.de vorbei. Bis zum nächsten Mal.